Ein kleiner Lichtblick für den Tag. Dienstag, 3. Juni. Das Wort zum Tag steht heute in Psalm 34, Vers 9. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn trauet. Vor einiger Zeit wurde im Internet das Gebet eines Kindes veröffentlicht. Es wandte sich mit der Bitte an Gott, Lieber Gott, mach mich zu einem Fernseher. Ich möchte gern, dass die ganze Familie um mich herum sitzt. Ich möchte, dass wir zusammen sprechen, sie mich nicht unterbrechen und dass sie stundenlang bei mir sitzen bleiben. Lieber Gott, ich möchte fühlen, dass ich für Mutti und Vati so wichtig bin wie der Fernseher. Wir sind Gott, dem Schöpfer und Erhalter unseres Lebens, so wichtig, dass er willig war, dafür selbst das größte Opfer zu bringen, um innige Gemeinschaft mit jedem von uns haben zu können. Gott lädt uns ein, zu erfahren, dass er immer für uns da ist. Eine moderne Bibelübersetzung gibt darum das Andachtswort so wieder. Erfahrt es selbst und seht es mit eigenen Augen, dass der Herr gütig ist. David hatte das erlebt, nicht nur in Zeiten, als es ihm äußerlich gut ging. Er schrieb den 34. Psalm, als er fliehen musste, weil er von Abimelech vertrieben wurde. Weil David es selbst erfahren hatte, wie Gott ihm zur Seite stand, selbst in Widerwärtigkeiten und Schwierigkeiten, ermutigte er Gläubige mit seinem Lied, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Das heißt, wagt es, mit Gott im Alltag zu leben. Schwimmen kann man weder aus Lehrbüchern noch durch theoretischen Unterricht lernen, sondern allein, wenn man sich dem Wasser anvertraut. Ebenso ist es nicht möglich, Gottes Güte und Wirken zu erfahren, wenn man nicht beginnt, es in kleinen Dingen mit Gott zu wagen. Gottes Verheißungen, auf die wir uns im Gebet berufen, sind dafür eine gute Grundlage. Und wer selbst auf diese Weise Erfahrungen mit Gott gemacht hat, wird gern auch andere dazu ermutigen. Adventisten haben stets großen Wert auf die richtige Lehre gelegt, aber des Öfteren die Notwendigkeit der persönlichen Erfahrungen mit Gott zu kurz kommen lassen. Wir haben die Wahrheit verkündigt, jedoch mitunter Gottes Liebe zu wenig erkennbar werden lassen. In der Regel sind unsere Mitmenschen heute weniger an der biblischen Wahrheit interessiert, wohl aber daran, ob ein Leben mit Jesus lohnenswert ist. Ein freudiges Leben mit Jesus im Alltag lässt auch heute noch aufhorchen. Manfred Böttcher silicone Böttcher 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 Bötcher Böttcher Böttcher Vielen Dank.